Hallo liebe Shisha-Freunde, heute wieder mal was ganz Neues. Heute rauchen wir, erst mal zeig ich euch was wir rauchen, also ob es raucht, das ganze raucht gar nicht mal so schlecht sagen wir mal, wir rauchen heute Shiasso Grapefruit. Das ist die 100 Gramm OVP, Shiasso das sind Mineralsteine, die die Feuchtigkeit aufnehmen und bei höheren Temperaturen wieder abgeben, dadurch wird dann halt die Molasse im Grunde genommen, die hier drin ist, jetzt sammeln wir das auf und geben die bei genug Hitze, geben die das wieder ab und dadurch entsteht halt dieser Rauch dann und der Geschmack, das ist echt heiß, wir werden euch da schon mal was beim Geschmack dazu sagen, das hier sind glaube ich, ich weiß nicht ob das jetzt, das war auf jeden Fall schon vorgemischt, das sind die groben. Die habe ich freundlicherweise von Shiasso.de zum Testen bekommen, Dankeschön nochmal und man sieht auch hier, dass es ein bisschen schon sift, sage ich jetzt mal, aber es macht kein Problem, die Steine sind feucht genug und das, was man nicht braucht, bleibt einfach hier in der Dose. Die Dose selbst ist hier auch noch nochmal sozusagen ein bisschen abgesichtet für Dichtung, also als dichtungsmäßig, weil hier ist noch so ein Gummi-Ding dran, dann kann man es festschrauben und das ist eigentlich dann recht dicht. So, was auch noch bei Shiasso zu sagen ist, der Tabak, das ist ja kein Tabak, sondern mehr sowas wie ein Tabakersatz und da ist auch kein Nikotin drin, das heißt man kann es rauchen und hat kein Nikotin drin und ja, kommen wir erstmal zum Geruch. So, riechen tut das Ganze sehr stark nach einer Grapefruit, sehr natürlich finde ich. Was sagst du? Also riechen tut es echt lecker, ihr kennt bestimmt auch die Grapefruit-Säfte jetzt beim Rebo oder so, wenn ihr die mal getrunken habt oder was weiß ich, genau so riecht das ja eigentlich auch, auch sehr lecker, sehr fruchtig nach der Grapefruit. Jetzt sieht man, riecht auch nichts Chemisches oder so, was man erwarten könnte dadurch, aber es ist echt gut. Ja, und jetzt kommen wir direkt mal zum Geschmack, aber vorher ist das Setup, wir brauchen heute wieder mit dem Nagelhelm MPS und der Saphir Funnel, ungefähr drei Viertel gefüllt, haben ein Lager Havanne mit Rundloche und drei Bricos und jetzt gerade auch noch Windschutz drauf, weil die Dinger können irgendwie scheinbar echt gut Hitze ab, was ich es ja positiv finde. Und ja, ihr wolltet ja auch, dass wir endlich den Diffuser nochmal abmachen, machen wir jetzt extra, damit der Sound des Blumhands wieder da ist. Und ja, kommen wir jetzt erstmal zum Rauch und Geschmack. Wie ihr sehen könnt, rauchen tut das Ganze wirklich fantastisch, es raucht wirklich genial. Ja, also ich bin sehr überrascht davon, wie das raucht, hätte ich nicht gedacht, von so Steinen. Ich auch nicht, ich kann es irgendwie wirklich glauben, dass man Steine raucht, so. Also man merkt eigentlich keinen Unterschied, außer dass man halt nur noch den reinen Geschmack hat, finde ich. Man hat jetzt nicht noch so einen Tabakgeschmack, manche haben ja auch gesagt, dass man nur so steinmäßig was rausschmeckt, also tue ich auch nicht. Ja, auch nicht, also steinmäßig schmeckt man jetzt bei den vormgefeuchtigen Nix raus. Rauchen tut das Ganze ja bombastisch. Zum Geschmack jetzt nochmal. Das Ganze schmeckt sehr lecker, nach einer richtig frischen Grapefruit, finde ich. Einfach wie eine Grapefruit schmeckt das, wirklich genau wie die Frucht, sehr frisch und fruchtig. So einen dicken Säulich auch noch drin, so säurig, zitronenmäßig, so meinten sowas. Ja, Grapefruit ist ja eigentlich ein bisschen weniger sauer. Also ich bin überraschend erfreut darüber, dass es wirklich so gut schmeckt, wie es auch riecht, das finde ich auch super. Und wirklich wenig Grapefruit, also wirklich sehr lecker. Für den Sommer natürlich auch sehr gut, immer so was fruchtiges, frisches, mit ein bisschen sauren Touch dabei, also ich bin echt zufrieden damit. Von Scherzo gibt es auch mittlerweile mehr als 20 verschiedene Geschmacksaromen. Das ist auch schon mal gut, am Anfang hatten die glaube ich nur, ich glaube 10 Stück oder so, also die Standardsorten. Mittlerweile haben die aber über 20, dass es echt schon Vorteil hat, wenn das so jetzt auch abgehen würde. So, und die 100 Gramm kosten 5,90 Euro. Ich finde die 100 Gramm kann man gut mit 50 Gramm Tabak vergleichen, so oder so 60 Gramm sage ich mal, weil die Steine wiegen halt mehr. Und man kann ja auch sehen, die Dose ist jetzt nicht ganz so groß, das sind ja 100 Gramm, die hier drin sind. Also auf gar keinen Fall 100 Gramm Tabak zu vergleichen, aber ich denke es mit einer Dose würde man so, ich glaube jetzt 2 oder 3 Köpfe geraucht, sagen wir mal 5 Köpfe kann man damit rauchen. Und, ähm, soweit ich weiß kann man die auch super wiederverwerten, die Steine, wenn die geraucht sind, dann sind die auch nicht mehr hier so farblich, sage ich mal, also so grünlich, sondern sind dann weiß. Und, ähm, soweit ich weiß kann man die dann, äh, wiederverwenden, indem man einfach neue Molasse drüber kippt. Es kann auch sein, dass man die vorher nochmal auswaschen muss und dann nochmal trocknen lassen muss, aber das weiß ich jetzt nicht genau, da wird aber auch nochmal was genaueres drüber kommen. Und, ja, ich denke wir haben jetzt alles gesagt. Also Kaufempfehlung, auf jeden Fall, probiert Scherze mal, das ist echt eine super Sache. Vor allem, wenn ihr, ähm, halt nicht so gerne nikotinstarken Tabak raucht, weil das ist ja ohne Nikotin. Und dann merkt ihr wirklich nur noch reinen Geschmack. Keinen Tabakgeschmack, keinen Nikotin-Geschmack, nur noch reinen Geschmack von der Sorte halt. Also von mir in die Reihe, also auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr zufrieden damit, ich gebe da auch eine Kaufempfehlung für. Ähm, auch zum Ausprobieren auf jeden Fall geeignet. Und, ähm... Ist auch sehr leicht zu handhaben, also direkt das erste, der erste Kopf, damit hat super funktioniert. Ja, ich glaube das ist jetzt auch der erste, zweite, ne? Ja, ist der zweite. Und so, der ist echt gut, also... Ja. Also, noch eine andere Info, das Gewinnspiel läuft noch, es haben bis jetzt schon einige Leute teilgenommen. Bei Facebook sind auch schon fast 50 gefällt mir, glaube ich. Macht weiter, das Gewinnspielvideo seht ihr wie immer auf meinem Kanal. Ich werde auch irgendwo hier, irgendwo einen Link machen. Ich glaube oben rechts werde ich einen machen. Einen Link, wo ihr direkt zum Gewinnspielvideo kommt. Könnt ihr daran teilnehmen, wenn ihr möchtet und bis zum nächsten Mal.